Meine Freunde und ich waren am 20.09. zur Ken Carson Show in der Kolumbia Halle in Berlin. Nach viel Schweiß, vielen Moshpits und einem geilen Konzert sind wir alle krank geworden, weil es so krass war. Ich habe versucht, das Beste zusammenzuschneiden und wünsche euch viel Spaß bei dem kurzen, knackigen Vlog. Alter, ich kippe. Hey, das ist crazy. Mach Doppel. Achtsam, ey. Doppelkopf. Mach zu licht drauf. Doppelkopf und Ken Carson. Wir sind nicht bei Ken Carson. Es wird behindert. Wir werden uns richtig nass machen in den Moshs. Moshpits. John! Freust du dich? Nein. Warum nicht? Ja. Ich hoffe, er spielt B. Der Klassiker! 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 Der Klassiker!